Oh, moin zusammen. Ja, spiel laden und Tag 1. Man ladet direkt von Anfang an nochmal neu. Kann man da nicht zwischenspeichern, aber ich glaube, dafür muss ich irgendwie was Bestimmtes gebaut haben, oder? Wie für dein Ziel im Tagebuch. Ja, Tatsache, ne? Es geht komplett von vorne los. Okay, aber ich bin jetzt ja einen kleinen Tick schlauer als eben. Ich habe auch die Lautstärke jetzt ein bisschen höher gemacht. Hallo! Kann jemand mich hören? Ich hatte einen Fehler. Ich weiß nicht, was passiert. Bitte, hilf! So, und ich weiß ja, Don, ich kann mit einem Stein und mit einem Stock eine Axt herstellen. Halter, kleine Steine. Okay, ich bin jetzt ja auf jeden Fall ein bisschen flotter dabei, hoffe ich mal. Ich werde jetzt nicht so viel Zeit hier mit dem Rahmen verschwenden. Ich werde hier aber trotzdem mein Bett erstmal reinsetzen und Lagerfeuer. So, Tagebuch. Tabak. Guck mal, auch die ganzen Fortschritte, was ich quasi schon gelernt habe. Alles wieder weg. Einblätter. Zehn Stück. Kleiner Blätterhaufen. So, dann da. Feindblätter. Alles rein. Runde Nummer zwei. Ja, hoffentlich ist das Ganze jetzt ein bisschen flotter als eben. Blätterbett hergestellt. Cool. Blick auf die Uhr. Ich bin bei 46 West, 32 Süd. Sollte ich mir merken. So, noch ein Stopp. Wie an Morschen Bäumen, da sind dann irgendwie Maren und oder Pilze unterwegs. Ne, da war's. Ein. Guck's da. War mir jetzt mal ein Stein. Ist auch da, hier. So, erweitert. Herstellen. Stopp dazu. Noch eine Axt. Gleich eine in Reserve. Boah. Boah. Okay. Tuteltier! Dinge erforderlich! Okay, du wartest da. Nein. Herstellen. Herstellen. Hörb schön da. Halten. Sammeln. Oh Gott, nein. Guteltierfleisch. Gotta catch them all. Unbekannter Pils. Dreck. Was können wir hier bauen? So ein Glätterbett, Bananenbett. Weg, weg, weg! Wieder so eine Scheißschlange, ey. Kommt sie ran? Nein, sie bleibt da. Tagebuch. Unbekannte Kräuter. Unbekannte Kräuter. Zu mir der Schreck hier. Okay, Junge, pass auf. Skorpion in der Höhe. Eisenader? Und da? Also… Wir sind vielleicht noch von uns. Wir sind ein bisschen anerzückeln. Wir sind ein bisschen anerzückeln. Wie ist denn das? Wir sind ein bisschen anerzückeln, Wir sind ein bisschen anerzückeln. Und da ist es der Schreck? Wir sind auch ein paar Geräte. Und da ist es abiert. Wir sind ein paar Geräte. Wir sind eins особabiert. Und wie die serialen? Tagebucheinträge Kleiner Netzersetzkasten Damit kann man dann später Pflanzen züchten Kommt man hier raus? Ich klopp hier mal drauf Axt kaputt bleibt Eine hab ich noch Maden Wie so ein Tier Kadara Bleib da nicht zu lange in der Nähe Ist bestimmt nicht gesund Die sollte wieder zurück Die sollte wieder zurück Da ist Wasser, da gehts runter Guck mal hier Hier in so'n Weg ist er Schön verscheucht Alter, was ist denn hier los? So, wie komm ich nach Hause? Ich glaub Oh, da ist wieder so'ne Katzschlange Äh 45 West, 32 Süd Äh, 45 West, 32 Süd Wenn Die speicherter Vorschritte Geht verloren Wie kann ich denn Zwischenspeichern? Weil ich jedes Mal verreckt und neu starten muss Oh ab Was mein's? Tagebuch Nochmal drei Einträge Äh, kurzer Ausschlag Juckt stört Juckt stört Verschlechtert Geisteszustand Allergische Reaktionen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft Beband in Kombination mit einer Lanze mit Antis- Äh Antihistaminischen Eigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess Okay, wir können festhalten, dass ich komplett gar nichts weiß Da unten das Wasser sieht zwar eigentlich gut aus Ist aber nicht gut Muss ich das auch nicht runterfallen lassen gott Ah 22 stunden So, trinken dann doch mal. So, trinken dann doch mal. So, trinken dann doch mal. Ich fordern jetzt mein Fett. Ach, zum 2 wacht er auch, ey. Ruhiger Schlaf. Geistige Gesundheit. Okay, ich brauch Essen. Ich muss ein Feuer machen. Ich trage gut. So, Feuer. Kleiner Stock und so habe ich alles noch nicht. Muss ich mir erstmal wieder zusammen vorstellen. So, ein langer Stock. Mein Senla. Und dann? Oh Oh, kleines Feuer hergestellt. Das muss ich jetzt nur noch anbekommen. So, ab. Holzschalt erweitern. Sammeln. Jetzt brauche ich einmal so ein Feuerbrett für, genau. Ach Mist, das war ein langer Stock. Den wollte ich gleich zerbrechen. Den kleineren wollte ich zerbrechen. Gut, gut erforderlich. So, nochmal einen Rucksack schauen. Essen. Kugelgrütteltierfleisch. Nach sechs Stunden. Bekannte Kräuter, Steine, Knochen, trockenes Blatt. Gut. 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 Darf man hier rüber gehen? Und ich gehe Richtung Osten. Das heißt Richtung Westen geht es wieder nach Hause. Die sind zwar Teilen und Bananen. Bananenbäume hier, aber nirgendwo ist irgendwie mal irgendwie eine Banane am Brutsch oder sowas. Sau Tagebuch. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Fukuspalmengrün. Die Kucke ist noch so gefunden. Keine Sorgen. Ja, jetzt will ich jetzt schon wieder. Tagebuch. Was noch mal? Suche Hilfe. Ich laufe einfach mal immer weiter in Norden. Mal gucken. Vielleicht ist das hier vorne auch noch gar nicht dafür gedacht, dass man sich hier irgendwie alleine niederlässt, sondern... Eine Ratte ist das da unten. So, hier rechts war irgendwo eine Schlange. Richtung Norden. Brosch. Wasser. Ja, nee, ist klar. Mietz, mietz, mietz. Wo ist das Messviel? Wow. Mietz, 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 mietz. Alter, was geht denn hier ab, ey? Das ist doch... Was ist denn das für ein Schwierigkeitsgrad, ey? Alter. Du bist gestorben, ja. Große Katzen sind keine Kämpfertypen und ein paar Treffer genügen, um sie abzuschrecken. Ja, habe ich gemerkt gerade, aber die hat mir trotzdem mehr Rest gegeben. Okay. Einzelspieler. Geschichte. Alles normal, ne? Also... Nährstoffanzug erhöht. Nach dem Tod geht sämtlicher Fortschritt verloren. Ausbalanciertes Survival-Erfahren. Ausbalanciertes Survival-Erfahren. Das hatte ich doch genehm... äh, genehm... Genommen, war ich der Meinung. So. Hermatod. Aus. Müdigkeit, sonst kann gerne alles anbleiben. Krass. Ähm, ja, ich werde mir nochmal ein paar Tipps, glaube ich, holen, wie das hier am Anfang weitergeht, weil, ähm, so komme ich nämlich gar nicht vorwärts. Auch, ähm, gerade wegen Zwischenspeichern, weiß ich ja nicht, wie das funktioniert. Äh, dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß, weil dann bis bald und ciao! Tschüss auf! Tschüss. das war gut.